so freunde es kann weitergehen jetzt hier in der wunderbaren kirche gelandet ja da scheint irgendwie ein kreuz irgendwie hinzugehören gucken wir mal wenn wir hier weiter laufen da hinten ist ein kreuz das ein kreuz mit jesus was machen den jurisch könnten wir hier nur runter fallen kann ja auch nicht sinn und zweck der sache sein ja das ist ja unser zu hause zimmer hat sich geändert okay was ich dachte hätte gedacht wir müssen in der kirche noch mehr machen was sieht echt übel aus denn mit den roten augen okay das schwert haben wir kann eine heilige musik spielen oder so sieht auch übel aus er hat es auch schon fast hinter sich was ist das denn Wie raus wie bei Alien. Okay, wenn wir die Eier verletzen, dann wird er auch verletzt, ja? Mache, bringe mir etwas zu essen. Zum Beispiel die Früte von Ihren Wäldern. Die Früte von Ihren Sünden. Die Früte von meinen Sünden? Sind Sie sicher, dass Sie es stehen können? Warum glaube ich, dass ich so nahe zu der Runde von Ihren Sünden stand? Das sind Erfahrungen, die ich Ihnen gerne bringen würde. Gucken wir mal kurz hier. Bevor wir runter gehen. Scheint nichts zu sein, also gehen wir runter. Schlimm ist, wir wissen gar nicht, wo wir landen. Oh oh. Diese sind Jars, enthalten Fetusse. Die Menschen in dieser Stadt haben seit Jahren verletzt. Ja, die können wir wieder einsetzen. Mal gucken, was dann kommt. Du darfst sagen, dass wir uns nie wieder sehen werden. Es ist inhumane. Hör auf mich, Abraham. Ich weiss nicht, ob du ein Priester, ein Engel oder ein Dämpfer. Ich will seinen Kind behalten. Es scheint zu dir verrückt, aber es macht mir perfekt Sinn. Du kannst mich mit nichts verlassen. Wenn du das machst, dann erzähl ich jedem über deinen Geist. Ah, er hat das Embryo quasi manipuliert damit, wenn der Typ das frisst, auch das Kreuz mitfrisst. Das wird spannend. Dann gehen wir doch gerne mal nach oben, ne? Füttern den Typen mal. Ich hoffe, der platzt nicht oder so. Ich hoffe, der platzt nicht oder so. Ich habe es mir doch gedacht. Das Kreuz hat ihm ein Rest gegeben. Gott sollte uns aus dem Gesicht der Erde entfernen. Wie schade, das Kreuz ist jetzt weg. Der Rest ist aber noch da, ne? Die ganzen Puppen sind weg. Oh, wo sind wir hier gelandet? Aus wie ein Tempelritter oder so, ne? Ach, das ist der heilige Schädel, den wir brauchen. Das ist ja nice. Na, den brauchen wir nämlich für das Ritual dann. Wo immer wir das auch durchführen müssen. Ich habe es geschafft. Du hast es geschafft. Du hast sie verraten. Ich weiß, dass du viele Fragen nicht beantwortet hast. Aber die Sprache sind die Grunde von Verständnis. In der Mitte ist ein spezielles Toil, ich habe dir gemacht, die Schlüssel für unser kleines Geheim. Hm? Ich hätte eher gedacht, dass ich die drehe und dann fällt da der Schlüssel raus oder ich muss da irgendwas öffnen. Langsam nähern wir uns den Ende. Es war eben sehr dunkeler und, ne? Ich habe nichts gesehen. Ich kann nicht einen Weg, um es zu öffnen, ohne zu riskieren, es zu brechen. Oha! Was macht er denn da? Keine Möglichkeit, das Ganze irgendwie zu öffnen. Warte mal, gehen wir mal nach da. Jetzt die Kirche wieder zu. Jetzt wieder nach da. Oha! Sind wir jetzt im Höllenfeuer oder? Also wir kommen da gar nicht hin, ja? Ja, mal gucken. Vielleicht müssen wir hier ja auch hoch. Ich kann mir schon fast gar nicht vorstellen, aber okay. Man weiß ja nie. Ach, unser Beobachter ist auch wieder da. Anwenden, Arbutter, Kugeln. Das ist, was ich brauche. Oh mein, wir können auch hier lang. Da war aber nichts mehr, ne? Ja. Toch. Die muss ich auch hier entstellen Aber fehlt noch was Krass ich muss quasi den Fluch dann brechen Hier sehe ich aber auch nirgends was Dann gehen wir nochmal nach unten Mal zu der Seite hoch Der selbe Mist wie auf der anderen Seite Hier fehlen uns noch ein paar Sachen Ich will nochmal gucken ob hier Irgendwas liegt was ich übersehen habe Ich sehe auch an der Zeit von dem Spiel her ein bisschen was mehr zu verstecken Das sieht echt übel aus Guck mal hier sind ja noch mehr Kerzen Die kann ich nicht einsammeln Ich will hier überhaupt hochkommen Da sind wir auch wieder da Orgelspielen geht auch nicht So Rope, Wax, Woodfeathers Okay Holz haben wir Wachs haben wir Ein Seil brauchen wir noch Wo kriegen wir denn ein Seil her Ohm ist ein Seil Ich weiß gar nicht ob wir da überhaupt rankommen Habe ich denn das eben gesehen Da hinten Das ist so ein Seil Aber da scheinen wir nicht ranzukommen Es hängt auch genau in der Mitte Hier ist das Seil Hier ist das Seil Ich habe mich schon zweimal dran vorbeigelaufen Na toll Egal wir haben es Steuerung ist manchmal ein bisschen seltsam So jetzt haben wir es vollständig Vater In deinen Händen kann ich meine Seil Das ist nicht real Was mache ich hier Jetzt fallen sie beide runter Okay Er gedacht so Dass er ihn da vom Kreuz löst Goodbye Mein Freund Die schönen Hühner Oh hier können wir wieder puzzeln Das macht auch Spaß So Muss man erst mal Eins noch da Warte mal Das passt nicht ganz Scheint aber auch nach oben zu gehören Aber wie das hier Das könnte passen Das passt schon mal Muss hier jetzt irgendwas mit einer Schrift sein Das passt nicht Also mal hier ist noch Schrift Das passt ein Genau Und das muss hier das sein Jo Sehr gut So Dann passt der Typ Passt bestimmt Hier so rein Zack Perfekt So Dann passt das da rein Genau Das sieht doch gut aus So Das wäre falsch Wie sieht es hier mit aus Dann müsste weiter nach unten Ob ich sagen Kommt Kommt das da hin Ah Langsam sieht so besser aus So Dann kommt das Ja gut Das letzte kommt dann hierin Pärinthele Issa Ja wir haben's Das ist ein wirkliches Könige Das ist ein wirkliches Könige Das ist ein wirkliches Könige Să l'ajute Dumnezeu Dacă n'ar fi fost El Cine ne ar fi adus Bäiatul Inapoi Acasă Cine știe Peunde i-ar fi Zărkut Du, Mase Nere Minovate Pärin Pärin Sie doesn't even know Who I really am Hammer, Säge. Nägel, also wir sollen Sarg bauen. Die Anleitung. Hier haben wir Holz. Opfern können wir ja keins der Tiere. Genau, es wird geklöppelt und gesägt. Sehr gut. Was schon mal nen Sarg. Ist das Rätsel schon mal beseitigt? Wollen wir mal ob den Sack vielleicht sogar einladen müssen oder... So, hier ist das Kreuz. Es hat aber noch keine Bedeutung. Da können wir nicht rein, dann können wir nur hier rein, ne? David, meine Mutter, David. Ce năpastă, Părinte. Ne-am fi dat noi copilul la Orfelina, dar l-am iubit. Până la urmă, eu l-am născut. Niște oameni fără mine l-au adoptat, niște ucigași. Dacă i-aș întâlni, le-aș smulge inima din piept cu propriile mele mâini. Da, cu propriile mele mâini. Și apoi le-aș vără-o pe gât. Ucigașii, ucigașii, ucigașii! Arză iar focul iadului să iarză. Dumnezeule, copilul meu. Părinte, acolo de unde ați venit? Ați auzit de nemernicii ăia doi care mi-au înfiat copilul? Alexandra și Abraham. O, Bune, de ce am fără mi? Nu mă duc mai mult pentru că nu înțeleg ceva încălă. Eu am adoptat-o, dar nu am fără-o. Nu am fără-o. Nu am fără. David, am fără, mă am fără. David, nu am fără. Copilul meu. Da. Cum am fără-o dresat după această? Părinte, nu ne lăsa. Părinte, nu ne lăsa. Avem nevoie de preot la înmormântarea copilului nostru. Așuță-ne. Können wir auch hier rein. Schon mal gut. Hier ist eine Bibel. Obligatorische Bild. Reutz. Möchte aber nichts mitmachen. Können wir mal gucken, vielleicht reicht das ja auch schon mit der Tafel. Wenn die hier draufstellen müssen. Ja. Let us take the sun to his water. Au, ich finde, ein Kind stirbt. Krass, obwohl die da schon Fahrzeuge haben. Das ist ja keine Kutsche. I've never done this before. I've never buried a child, let alone mine. There must be a book to help me. Wennst du zuschlagen und aufschlagen, ne? Hätte er gedacht, dass wir den Kelch auch noch einsammeln? Scheint nichts drin zu sein. Mich wundert, dass die Eule jetzt immer da ist. Ich weiß gar nicht, was die für eine Bedeutung hat. Zündet er das noch einmal? I will give back your heart. I will give back your heart, and I took it back, if it was the right thing. Maybe I couldn't take it. I will give back your heart, and I will give back your heart. Who would not with groaning sighs, my child, and floods of clamorous tears mourn the wealth of your comeliness and the beauty shining forth from the innocence of your heart? With the saints, give rest in Christ to the soul of sin. I will give back your heart a little bit. Not any sorrow, not any sorrow, but life everlasting. This, this was yours, David. You shall sprinkle me with hyssop, and I shall be clean. You shall wash me, and I shall be whiter than snow. Okay. Die Schaufel hat er ja gezeigt, ne? Mal gucken, wo die Schaufel hier liegt. Wenn man hier guckt, genau auf den Wein haben wir genommen, da ist die Schaufel. Schöner Gesang. Die Schaufel ist weg. Die Schaufel ist weg. Okay, and all you are to dwell there, you are dust, and to dust you will return. Oh, man, die Arme. Schon eine traurige Szene gewesen, Mann, Mann, Mann. Das ganze Geschichte ist so sehr verwirrend, man weiß gar nicht, was man jetzt machen soll, oder um was es jetzt genau geht. Das Auto spielt da auch irgendeine Rolle, ne? Das ist ja... Aber seltsam. Warum hat er das denn jetzt sichtbar gemacht, wenn wir an dem Auto selber nichts machen können? Ach, das Auto steht da auch draußen. Ah, das muss mir nochmal einer sagen. Ich hoffe nicht, dass es rauskommt, dass wir derjenige waren, der einen Unfall gebaut hat. Wir sind das Auto gestiegen. Das ist eine Kutsche. Wir steigen ins Auto und gehen jetzt wieder zu Fuß. Das ist ja auch geil. Na, okay, das war alles so ein bisschen symbolisch halt, ne? Kann man mal machen. So, hier sind verschiedene Stühle. Kann man, das müsste doch sieben sein, oder? Ja. Wie die sieben Herzen. Hier können wir auch keine Kerzen anzünden. Ich werde runterkommen, wenn Sie die anderen sieben Kinder holen haben wollen. Sie wollen das spezielle Moment sehen. Ich bin sorry, David. Ich habe nicht gefunden, die Iconen. Was wäre das, was sie dann gewesen? Nein. ok das leuchtet der singe ich gedacht es wird schon richtig sein da mal hinzuziehen ach so warte mal da oben das kreuz sehr schön nach einem kind sieht das aber nicht aus ok also den haben wir angeleuchtet welche kinder hier an leuchten bringt das ja nix das hier zum leuchten bringen und gibt es denn das kreuz woanders nur hier haben wir den typen ja schon her gezaubert vielleicht können wir hier noch was aktivieren hier fehlt sogar was ein rätsel ein rätsel warte mal ach ok so jetzt haben wir das kreuz also ist das kreuz das symbol so geht das genau das sieht doch gut aus dann muss ich auch mal eine andere perspektive haben ja sehr gut ok das ist das symbol und dazu jetzt die passende figur finden ah der ist da oben auch gut so ich hoffe dass die allzu schwer hier sieht denn das symbol genau aus wie so eine weintraube oder so ne hier oh das sieht aber gut aus sehr schön so jetzt das eilsehen der auge wo haben wir es achte oben ja ne so jetzt kommt das letzte symbol jetzt muss das sein ne prima das haben wir da auch alleine so dem fehlt noch ein buchen emblem warum auch immer er hat auch keins und der hat auch keins ah jetzt geht hier die tür auf oder why don't i feel joy when i rest my eyes upon you why do i feel this this burning why do i feel hate my love for the world is everlasting but love burns it is the river that separates the world the righteous rejoice in the light while evil suffers unspeakable torment okay sehr verwirrende story irgendwie ah jetzt sind wir wieder am auto so gut dass ich es nicht lenken muss so gut dass ich es nicht lenken muss die sehr gut werden die tür zugeschlossen wenn ich krass weil wir hatten am anfang waren wir ja diejenigen die die tür mal geöffnet haben wir sind der gegenpart sozusagen der junge auch geil ne dass da gras drin wächst ne dann machen wir es mal wieder zu und der darf kein kaffee trinken ja sehr schön okay wir haben ja den brief eingesammelt und sind ja derjenige der quasi unter die türschwelle dann den brief legen muss oder so hier kommen wir aber nicht mehr rein hier geht es nicht weiter hier unten können wir auch nichts durchschieben ich bin ja mal gucken wir in der kutsche irgendwie ob es da was gibt nee okay dann gehen wir mal weiter oh ich liebe diese toten vögel diese atmosphäre oh jetzt sind wir wieder unterwegs sind wir wieder im auto kommt mir fast so vor als wenn er besoffen gefahren wäre alles klar und hat den jungen umgebracht schglied es wird don't die please my child this will be our little secret no no how could god allow this to happen how Daher kommt die Wut also, weil er nicht versteht, warum Gott das zugelassen hat. Aber ich wusste, dass es nicht möglich wäre. Ich musste einen Weg finden, um ihn mit mir zu halten. Aber wie war das? Es war dann, dass ich die Idee hatte. Alexandra konnte es nicht aufhören. Sie hat sich selbst in einem Moment des Entschuldigungsmaß. Okay, okay, dann fangen wir mal der Spur hier. Oh, okay. Jetzt die Tür auf, ja? Ich habe seinen Körper in einem Wasserstuhl, veröffentlicht mit Eis. Als ich dich behalte, fühle ich die Schmerzen der Tod, die sich in den Kopf befindet. Oh, was passiert da? Hammer, können wir nichts machen? Merkwürdig. Ich hätte eher gedacht, dass wir da auch hingehen. Also, dass wir jetzt quasi hier vorbeigehen und dann... Ja, genau, machen wir ja auch. Ah, alles klar. Also ist er doch schuldig. Er will sich jetzt erhängen, okay. Heftig, heftig. Aber dann würde er sich ja noch mehr mit versündigen. Mann, das Ganze war ja ein Unfall, ne? War ja nicht mit Absicht. Ist ja eine geile Szene. Das Ende. Ui, wir haben es erreicht, wie geil. Was? Nicht gedacht. Aber schade, ne? Dass er sich dann zum Schluss erhängt hat. So, das war es dann auch. Bin nur noch zum Hauptmenü. Das ist ja ein seltsames Ende. Ja, Freunde. Dann bedanke ich mich. Wir haben es jetzt durchgedacht. Das ist ja auch cool. Und dann sehen wir uns in eines nächsten Videos. Mal sehen, was wir dann spielen. Das auch gar nicht. Ah, uns fällt schon was ein. Dann bis zum nächsten Mal. So, lass noch mal ein Abo da. Kommentar nicht vergessen. Daumen wäre auch nett. Bis dahin.